ja hallo liebe leute wie im letzten video angekündigt wollte ich euch kurz mein neues edc packet vorstellen das ist der maxpedition micro organizer den habe ich günstig geschossen ja eigentlich dachte ich eher an den mini der hat glaube ich auch noch die laschen hinten dran die dem hier fehlen die modi laschen ja hatte ich mich flugs verlesen gleich bestellt aber trotzdem geiles teil den jetzt mal gepackt gestern waren wir auf dem ausflug da hatte ich das teilt schon mal dabei mein pocket organizer kennt er ja schon der ist relativ grob vollgepackt dem wollte ich ein wenig erleichtern und dann habe ich hier mal angefangen einzupacken dann war einmal so ein bisschen drogis für unterwegs calcium magnesium stick da werde ich noch das eine oder andere kleinteile zu packen hinten ist noch leer da wäre jetzt noch platz für das erste hilfe päckchen das kleine was ich mir immer so zusammenstelle das kommt dann noch rein victorinox messerschleife habe ich beim aufräumen vielleicht erinnert ihr euch hat es erwähnt ich musste zu hause mal klar schiff machen habe ich endlich wieder gefunden der passt auch exakt da rein geile nummer dann hier feuerstahl magnesium teil hier zum abruppeln mit dem zündstahl oben drauf so ein china teil immer bei fasteck mit bestellt war ich ein bisschen knapp momentan habe ich jetzt wieder neue hoffentlich bald wieder neu in der post mein opinel outdoor das liegt auch rum und fristet leider ein etwas jungfräuliches da sein der passt auch vorerst mal gut hier rein ja ich liebe es wenn ich immer irgendwo ein backup messe dabei habe das habe ich auch vergessen bei dem pillbox kit von eben da werde ich mir eventuell so ein kleines dann rennen moment dran bimmeln das wird dann allerdings relativ grob am schlüsselbund deswegen lasse ich das erstmal also hier das opinel outdoor kennt ihr ja mit der segel klinge teilwelle vorne glatt mir schön angeschärft pfeife hinten bei brauchen wir das hier auch nicht mehr extra hier haben wir so ein gas taschen burner den hat der junior auch habt ihr vielleicht in seiner ausrüstung gesehen ich hab da ein paar davon auch immer bei fasteck bestellt gab es das letzte mal ein bisschen probleme jetzt verschicken die die dinge wieder inklusive messern und allem anderen ja das ding habe ich immer dabei ich traurig zwar nicht aber es gibt immer nur was ab zu flammen macht spaß mit dem teil irgendwas umzulegen momentan bei der zeckenzeit ist das am allergeilsten zeckenzange fehlt hier noch die kommt provisorisch immer damit rein ja unten hier noch so ein kleiner messerschleifer mit dem v-prinzip hier ähnlich wie die spitze bei dem victorinox ja das war es erstmal voll ausgestattet sind noch nicht also erste hilfe täschchen mit zeckenzangen und so ein kram wird da auch noch rein passen und dann mal sehen ob ich meinem anderen pocket organizer dann ein bisschen platz und gewicht ersparen kann die maße momentan befüllt da habe ich gar nicht aufgeschrieben lustig lustig habe ich gerade verwechselt ja maße schreibe ich euch einfach unten drunter bis denn dann ciao bis denn dann